Okay, dann halt jetzt mal eine Runde Sanhok und Ruins oder Bootcamp. Ich mach Ruins, weil da weiß ich, dass ich nicht sofort einen auf die Fresse bekomme, aber doch auch schon ziemlich auf die Fresse bekomme. Weswegen wir einfach mal Ruins gucken, da war ich schon nie so oft und dann würde ich sagen, schlender ich zu Bootcamp rüber. Ja, damit ich nicht, wie gesagt, direkt in Ruins auf die Fresse bekomme, sondern erst meine Waffe in Ruhe finden kann, gehe ich hier in die paar Häuser ein bisschen weiter links. Und, ähm, kommt überhaupt noch wer runter? Okay. Denn, okay, lol, man scheint gar keiner da. Ja, und dann gehe ich halt im Laufe des Games einfach mal in, halt die Gegner schnetzeln. Muss ja nicht immer Instant High Loot Spot sein, sondern halt auch daneben. Uzi. Okay. Ähm, Schrot, Vektor. Vektor, sehr schön. Das heißt, ich hab erst mal nur ne Vektor. Und ansonsten... Oh, doch, okay. Die ist schon geil. Die Knarre kann ich gut gebrauchen. Und dann, oh, sogar der Karabiner. Karabiner. Ja. Nice. Hat nur kein Visier dafür. RIP. Äh, ist mir hier auch so ein... Karabiner halt einfach mal findet. Ich hab schon Nah- und Fernkampfwaffe. Und... Da, ja, nochmal AKM und so. Aber ich bleib jetzt bei der Waffe. Leichter Griff. Okay, lol. Okay. Weiter geht's. Ja. Geh bitte. Okay. Dann, dann halt eben nicht. Es scheint... Ja, ich... Und tatsächlich in Zone. Zone ist auf meiner Seite. Ich mach mal jetzt so schnell wie möglich auf Richtung... Ding. Oh, ja. Genau. Da kommen nämlich schon die Shots. Adrenalin. Oh. Schüch. So. Erweitert. Nehme ich mir mit. Packe ich auch da drauf. Let's go. Let's... Go. Jo. Karabiner. Da hab ich noch nix. So. Ich werd mich jetzt hier langsam an die Ruins ranpirschen. Okay. Ich glaub... Da hat einer auch ne Barrel. Ich geh einfach mal. Einfach mal schauen. Ohla. Okay. Hier scheint er auf jeden Fall... Hier außen zumindest noch nicht... Gelootet zu haben. Oh, Leute. Da liegt ein Motorrad. What the hell? What the hell is doing there? Ansonsten hier... Ja. Ich weiß nicht, ob ich dann zum... So, Dings. M4-Wechsel. Aber... Ich schau erst mal. Show. Ich schau. Oder. Money. Jo, okay. Das heißt, ich... Kann mich, denke ich, jetzt näher ranpirschen. Okay. Also ich hoffe mal der war der Einzige hier drin, sonst hab ich ein kleines Problem, oh ich geh auf drop, das heißt ich geh einfach mal auf den drop, ansonsten hab ich alles. Ok, hier ist soweit, alles gut, ok, der ist auch weg vom Fenster, oh lau, ja, 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 die Barrel ist cool, die ist gut, die ist gut, ey, das heißt ich, oh ja, nice, so, das macht Start rauf, das Holo kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, dann kann ich mir, mögen mich, jeden anderen Kram runter mitnehmen, ok, jo, die hatten alle nix mehr für mich, ja nix, nix, da ist ein Motorrad, das nehm ich mir jetzt und dann geht's los, ja, ok, hab ich denke ich alles gelootet, alles soweit zu gut leer, so, das vielleicht noch, ab jetzt, ja genügend, für den Karabiner brauch ich ja nicht so viel, und, ähm, ok, da ist nur ein First Aid, das lass ich mir natürlich nicht entgehen, ne, das ist gut, First Aid, ey, auch wenn ich eins gar nicht mehr brauch, aber ich hab schon drei, das ist sehr gut, ok, let's do this, ich markier mir mal, ähm, joa, darüber, erstmal, erstmal, darüber würde ich erstmal gerne, weiß nicht, ob ich jetzt tatsächlich Bootcamp gehe, oh leil, alle, ja, ok, ich besorg mir das, ähm, Auto, oh leil, noch einer, was, weiter trägst, teamer, holy shit, kann das sein, dass die geteamt haben, Alter, ok, Leute, nochmal ganz kurz, äh, möchte ich an der Stelle was sagen, bevor das Video weitergeht, und zwar dachte ich ja erst, weil da zwei Leute sind, das sind teamer, dabei waren das gar nicht zwei, die halt sozusagen geteamt hat, denn einen davon haben wir schon in einer vorherigen Szene mal gesehen, der, äh, auch mit dem Motorrad rechts von mir gefahren ist, den ich aber erst gar nicht bemerkt habe, und, ähm, der ist dann aber irgendwie auch verschwunden, und hier in der Szene können wir ihn auch im Gras kriechen sehen, das heißt, ich hätte ihn hier schon, äh, töten können, hab ihn aber wie gesagt noch nicht bemerkt, er hat mich auch überhaupt nicht bemerkt, und wir achten jetzt mal auf den Fahrer des Autos, und zwar bleibt der bis zum Schluss in seinem Auto drin, ich dachte, der steigt jetzt hier aus und schießt jetzt auch auf den Typen mit dem Mantel, und wenn man wie gesagt, vorhin in der Szene hat man auch gesehen, dass der Typ einen Mantel anhatte, einen roten Mantel, und der Typ fährt jetzt sogar mit seinem Auto nochmal ein Stück zurück und steigt jetzt erst aus, also er saß die ganze Zeit in dem Auto drin, und hat das irgendwie gar nicht gecheckt, ähm, dass ich den Typen, der direkt vor seinem Auto grad aufgetaucht ist, getötet habe, ähm, das heißt, das waren hier meine Verwunderungen, aber ich konnte die beiden Typen ja, ähm, trotzdem ganz gut töten, auch wenn ich mit relativ wenig Leben aus dem Fight rausgegangen bin, äh, wie gesagt, das, äh, nochmal zur Erklärung meiner Verwunderung. What the heck? Die haben jetzt so gar nicht mit mir gerechnet, Alter, ist, oh, Leute, ich kam da plötzlich so, der hatte noch, was für ein Karabiner für mich, boah, ich, alles klar, Alter, sich gar nicht auf mich konzentriert, boost mich erstmal voll, hab ja die Zeit jetzt, boah, das versch- oh, nein, okay, ich wollte mich eigentlich gar nicht hinlegen, Alter, Schwede, okay, oh, okay, jetzt fängt so an zu regnen, aber krasse Action hier schon, gefällt mir, gut, Shots sogar noch, ne, da hat er gar nix, irgendwo, okay, ich move erstmal kurz, oh ja, da ist einer gestorben, sehr schön, oh, Junge, schüch, das passiert, Alter, wenn du einfach mal so lootest und mich dich schön abstauben lässt, obwohl, ich hab den ja einen schönen Headdy reingedrückt, hatte ja nur einen meiner Helm, okay, noch mehr Shots, oh, Alter, ich hab so viel, weil er einen 3er Rucksack könnte ich gut gebrauchen, das wär, okay, ich seh, noch mal ne Ohr, komm, jetzt, stirb, nicht jo, Okay, ich seh, und er versteckt sich wieder da, Okay, krasse 8 kills, da ist aber noch ein anderer Dude irgendwo da hinten, Irgendwo bei den Häusern auf jeden Fall, Okay, Wo ist der hier gestorben? Was, nein, gib mir meine Barrel zurück, oh, fuck, So, das war auch dein Todesurteil davon auf jeden Fall schonmal, Boah, holy crap Okay, Okay, Alter Schwede, so viele fucking Leute, Ja, einfach mal alles wieder geben, Alter Schwede, so viele fucking Leute, schöne Kills, Kills, Alter, Okay, aber meine Weste ist so gut wie Schrott, Deswegen ich mich voll Booster, Und mir ne neue Weste besorgen sollte, Und mir ne neue Weste besorgen sollte, Auch so viele Booster wie ich habe, Boah, grad einfach nur schöne Runde, Hatten aber auch alle keine Weste für mich, So, Jo, ich muss mir bei irgendwem ne neue Weste klonen, Sonst hab ich, Bin ich halt im Nahkampf extrem unterlegen, Acht Leute leben auch nur noch, Zone ist extrem winzig, Und Sprit ist so alle, So, ich fahr einfach mal hier ans, Zwei Airdrops, So, natürlich, Oh LOL, Zwei Airdrops? LOL Alter, Vor allem, Die sind ja auch noch, Haben ja auch noch Rauch, Ist klar, Fuck it, den hätte ich so wie sie haben können hola com okay der hat mir auch unlicht gegeben natürlich wieder auf die weste so viele kälschen mache es unnormal ich bin der arzt ihres vertrauens alter alter junge das glaubt mir niemand niemand glaubt mir das was hier gerade passiert ist oh mein gott fünf leute leben noch und einer ist vor uns mit dem outdoor room gecruist also ich weiß nicht was der für eine waffe hat auf jeden fall danke karabiner danke mega nice so jetzt habe ich allerdings angst dass hinter mir die leute kommen weil da ist wie gesagt jetzt die größere zone aber die barrel ist ja mega nice also die nahkampfwaffe hier ok nächste zone move ich dann oder muss ich dann mitmoven oh ja shit shit happens ich versuche hier so safe wie möglich zu machen mit dann voll boosten die weste hat mir auf jeden fall den arsch gerettet der konnte mir nicht auf den kopf aimen hatte ich weiß nicht ob das mit absicht nicht gemacht hat weil er meinen helm gesehen hat aber ja wie auch immer ich lege mich dann jetzt hier auf die lauer ja die zone muss nämlich jetzt ich muss schmied die zone macht mir schon machen da gibt es keinen weg drum herum hier bin ich so knapp drin alle immer voll boostet sein immer voll boostet sein ja 200 kommt langsam auch mit vierfach drauf auf der auf der äh karabiner ok 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 jo nice ok see ok ok fuck ich muss wieder rein ich hab das problem meines lebens die müssen alle mit rein alle okay da ich hab einen gesehen auf jeden fall da oben ist auch einer und Puh, ich muss halt zwei Leute noch. Einer. Last but not least. Einer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe mich gesehen. Fuck it. Okay, das hat er gut gemacht. Mega. Stark. GG. Schade. Es sind keine 14 Kennis geworden. Schade. 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 Ja. Gras. Gras.